Musik Respekt bedeutet für mich in erster Linie eine höfliche Umgangsform. Also im normalen Leben, dass man sich mit Anstand und Höflichkeit begegnet, Danke und Bitte sagen kann und Raum lässt für eigene Persönlichkeit und sich nicht beschneidet. In zweiter Linie bedeutet Respekt für mich, dass man, auch wenn man aus anderen Kulturen kommt, sich akzeptiert und keine Vorurteile hat, was super schwer ist. Musik Ja, habe ich gemacht. Ich hieß, als ich noch unverheiratet war, hieß ich Konditsch Kadmenowitsch und habe eine Agentur gehabt in München und die Agentin sagte mir irgendwann, du musst deinen Namen ändern. Ja, das geht nicht. Ich muss den leichter machen, leichter aussprechbar und so. Das war so die erste Erfahrung, wo ich dachte so, aber ich heiße ja so, was soll ich denn jetzt dran ändern? Und dann habe ich mich aber überreden lassen und habe den Vornamen meines Urgroßvaters angenommen, der hieß Toma. Und der damalige RTL-Chef hieß auch Toma. Und dann fingen schon die Angebote an sich zu verändern. Also ich habe dann nicht nur die polnische Nutte gespielt oder die kroatische Putzfrau oder am liebsten mit Akzent oder so. Ich habe nur solche Rollenangebote bekommen, als ich noch ausländisch hieß. Und als ich dann meinen deutschen Ehemann geheiratet habe, der Leonhards hieß, habe ich den Namen natürlich dann auch angenommen, kamen plötzlich wirklich über Nacht andere Angebote. Keiner im Fernsehen, also niemand will richtig faltige 50-jährige Frauen besetzen. Da besetzt du lieber eine Frau, die 45 ist und so gebotoxt ist, dass sie wie eine 35-Jährige aussieht, aber trotzdem eine 50-Jährige spielt. Aber auch das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Also alles, was mit meiner Branche zu tun hat, ist im Prinzip einfach nur eine Übertragung von all dem, was so passiert. Also ich bin jetzt 36 und ich lasse mich botoxen. Nicht schlimm, nicht viel, sodass meine Gesichtsmimik da ist, aber hier so und da einmal im Jahr, weil ich da genauso Angst habe vor, nicht mehr besetzt zu werden. Und dieser Jugendlichkeitswahn, der ist bei mir nicht so, dass ich davon besessen bin oder so, jugendlich aussehen zu müssen, aber ich will es auch nicht forcieren. Weißt du, ich will so einen Mittelweg finden. Natürlich will ich alt werden und altern und ich habe auch keine Angst vor dem Altern, aber es ist mein Job. Mein Körper, mein Gesicht und ich weiß, wie die Branche funktioniert. Ich weiß es einfach. In erster Linie möchte ich natürlich einfach nur für meine Tochter ein Vorbild sein. Wenn ich es schaffe, sie zu erziehen, wenn ich es schaffe, sie zu einem aufrechten Menschen zu erziehen, der respektvoll mit anderen Menschen und anderen Lebewesen der Natur, allem, was um sich herum ist, umgeht, bin ich schon super zufrieden. Und ich kriege natürlich durch auch ihre Freundin und so, ich bin die einzige Mama, die irgendwas Künstlerisches macht und auch wahrgenommen wird nach außen. Das finden die natürlich alle total toll. Klar, die haben dann so ein Bild von mir, sehen dann aber auch, wie wir eigentlich leben. Und zwar überhaupt nicht so. Klar genieße ich die Vorteile, die ich habe als Schauspielerin, weil wenn du ständig was geschenkt kriegst und jeder will, dass du das Auto fährst und du darfst da in den Laden gehen und die Sachen mitnehmen, du darfst sie auch noch behalten. Und so, da würde ich, am Anfang fand ich das irrsinnig peinlich. Ich habe mich geschämt dafür, wenn ich zum Friseur gegangen bin, hier bei uns. Und der gesagt hat, nee, Sie müssen nichts bezahlen. Da dachte ich so, bitte, 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 lass mich bezahlen. Ich finde es voll peinlich. Warum soll ich denn jetzt nichts bezahlen? Und dann meinte der, ja, ist doch für uns beide gut. Da dachte ich so, nee, aber was? Und dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, auch das gehört dazu. Das sehen aber Abas Freundinnen alles so nicht. Ja, wenn die hier sind, sind die hier. Und vielleicht ist das die Funktion, die ich für sie dann so erfülle in Bezug auf, da kann man sich vielleicht noch was abgucken. Man kann wer sein, muss aber nicht durchdrehen dabei. Bis zum nächsten Mal.